herzlich willkommen zurück zu outlast und nachdem unsere letzte folge ziemlich entspannt gewesen ist machen wir jetzt mal weiter und schauen was uns hier erwarten wird kein plan würde ich mal sagen das drücken der snow water in the system was first turn on the two walls tja die schädlichen können wir schon wo man so was machen muss und da will ich sagen schauen uns mal weiter um und ich habe das gefühl dass das hier nicht mehr so einfach wird sag mal kam ich jetzt von da hinten oder ich musste hier jetzt gerade durch den gang korrekt ich glaube von da kam ich nicht genau so bevor ich nicht verwirrt bin und da dass das da das schon da hinten zu einladen aussieht total einladen total einladen naja das war ja schon mal ach fuck so pisst er sich da nicht gehen wir mal hier um die ecke und tun so als wären wir weg warum ist ein specki da kann er bitte gehen kann er bitte gehen danke das war jetzt mal krasser anfang ok wir gucken mal wo specki sich jetzt so rumtreibt und versuchen jetzt mal gleich die beiden rohre starten zu können und da hören wir ihn auch schon wo ist er jetzt veratme ich hier nicht spielen nicht dass er gleich hinter mir auftaucht das wäre echt ober und cool ok wir sind ein stückchen weiter als vorher und immer noch im sicher und dunkeln ach du scheiße ich glaube es einfach ich habe keine ahnung wohin ich laufe einfach ja okay nope bok 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 ... 到 los huuu hu 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 Warum sieht der mich momentan so gut? Voll der Beschiss. Da ist er. Geh Specki. Geh. Scheiße. Ich zeige mir, wie das sofort ist. Okay. Okay, hier ist nichts. Uiuiuiui Außer die Richtparty gerade ist es hier nichts Da läuft er Verfolgen wir mal seine Route gerade Ist der Licht? Nein. Kommt er jetzt hier rein? Wo ist er? Da steht er Ich habe mich echt wieder eben gesehen, Leute Okay, da in den Gang will ich eigentlich Das ist zumindest mein Plan Was ist er da rein? Wo komme ich nicht von dir? Ich glaube ja Scheiße Fuck you Spiel Oh, jetzt war ich zu nah am Mikro Geht er hin? Da geht er hin, okay Ist er da? Okay Laundry Room Komm, hier muss doch irgendwo auf jeden Fall so ein Rad sein Ich hoffe, meine Stimme ist gerade nicht so laut und brüllt euch das Hirn weg Sie ist eben ein bisschen doof gelaufen Okay, hier ist schön düster, könnte ich mich gleich verstecken eigentlich Die Ecke sollte ich mir auf jeden Fall hier gleich mal merken Splinkler Wealth So, weil ich ja nicht total beknackt bin Wenn ich jetzt erstmal hier hin Das habe ich mir schon gedacht Weil die haben ja schon irgendwie alle ihren Rhythmus, die Viecher Na, wo bist du? Specki Kein Interesse mal hier rein zu gucken Da steht er ja Ganz entspannt Alles cool Alles cool Das war Nummer eins von zwei Die Tür dürfte fregge sein Ist auch Okay Bleibt noch ein weiteres Rohrdingens Kurz wieder rauszoomen Kurz wieder rauszoomen Oh oh, uninteressant Das schöne ist Das schöne ist, der zeigt mir so ein bisschen den Weg, wo ich hin muss Okay, genau da war ich mich noch nicht, glaube ich Das heißt also, ich werde mich jetzt erstmal hier ein bisschen rumbewegen rumbewegen Kommt das schon wieder, oder? Ja, da ist er Sonst hängt alles auf ihn ab, wie er jetzt läuft Nicht hier rein Okay, ich kreuze den Weg komplett jetzt Ich sollte die Zeit eigentlich nutzen mich parallel zu ihm zu verpissen Na, das lief doch ganz gut Damit habe ich mich jetzt ein bisschen Zeit rausgeholt Hier waren wir doch Hier war doch nichts Ja doch War ich zu blind? Und Die Aufgabe ist noch zwei von den Dingen anzumachen, oder? Ach, falsche Taste Let's burn I'm not the only victim here I'm not by a long shot I watch a man Way to burn to death The most painful death imaginable Rather than stay in this place Okay, das war gerade eben bezogen auf das Verbrennen Auf den Kerl, der sich da Der sich das Feuerchen gemacht hat Es ist jetzt gerade scheiße Wo muss ich da drüben hin? Ist da was? Wo, wo, wo Ja Lauf, 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 lauf Einmal im Kreis Lass mich in Ruhe, Specki Wo? Wo, 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 Leute Wo, 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 wo Komm, komm, komm Drück dich da wieder durch Fick dich, Specki Puh Die Frage ist, habe ich mich hier schon umgeguckt? Ja, das kennen wir, das haben wir schon gesehen Da waren wir schon Da waren wir schon Hm, ich bin jetzt kein bisschen frag Fraglich, wo ich hin muss Da ist das Feuer Da ist die Die verbarrikadiert, warum auch immer Das waren doch zwei Warfs, die wir starten mussten oder nicht Was heißt tatsächlich zwei in dem Duschding und ich habe eins übersehen Das ist natürlich Genial Da reicht das jetzt hier Da ist nur Ja Ja Tschüss Das war gerade die Clevers Aktion, denke ich Ja, er ist hinter uns her Und runter hier Und sieht Ich habe nicht das Gefühl Da steht er Da steht er Oh Okay Bitte geh weg Komm, irgendwie nach ins Mikro Ich hoffe, dass ihr nicht die totalen Soundboom jetzt habt in game Also in der Aufnahme In game Oh Leute, ich will das jetzt hier schaffen Wenn ich die einzige Stelle jetzt noch Dafür logisch wäre Dass hier nochmal irgendwo was ist Hier war ja nur das eine bis jetzt Ein einziges bis jetzt Weiß nicht, wo ich noch gucken soll Weil sonst sehe ich hier auch nichts wo Hm Tja, auf der Suche nach dem zweiten Rohr für das Wasser Werde ich jetzt hier aufhören Und dann in der nächsten Folge suchen Ein wenig kurios, dass sich das nicht finden lässt Das Dingelchen Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Outlast Bis dahin Arrivederci Tschö